Welcome back, Hallöchen, da ist Summer wieder und es ist der gleiche Tag, an dem ich die erste Aufnahme-Session beendet habe und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, warum. Ich möchte verdammt nochmal wissen, wie es hier weitergeht. Ich war ziemlich heiß jetzt und ja, irgendwie konnte ich die Finger nicht davonlassen und dachte mir, wir müssen doch jetzt einfach mal weitermachen. Na ja, schauen wir mal. Es wird ein neues Gameplay-Video entstehen und ich möchte nämlich auch, dass uns die, wie heißt der denn nochmal, die Addison, dass die uns langsam mal begrüßt hier, dass wir die langsam mal einstellen können bei uns, um zu gucken, wie es dann weitergeht. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann alles funktioniert und ich würde sagen, da arbeiten wir jetzt erstmal drauf hin. Super, bisher passt alles. Hier gibt es sogar doppelt auf die FX. Sehr nice. Die Karten haben wir ja Gott sei Dank im Kino uns mal ein bisschen zu Gemüte geführt und ein bisschen die Balance der Karten verbessert. Entschuldigung, ich bin gerade so ein bisschen heiser. Ach, der passte nicht. Gut, man kann auch nicht immer Glück haben mit sowas. Aber der Rest sieht bisher ganz gut aus. So, und ja, schade. Da passt, glaube ich, das am besten. Ja, das hat gepasst. Ab in die Nachbearbeitung mit dem ganzen Zeugs. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus, wie das hier alles zusammen fritzelt. Obwohl, wartet mal. Der hat einen unten. Ach, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Und es geht schon wieder los. Nehmen wir einfach mal den hier. Nehmen wir den hier. Nehmen wir... Ah, nee, das ist blöd. Das ist jetzt gerade alles ein bisschen blöd, Freunde. Nehmen wir lieber den. Ach, und der PC hat sich mal wieder verabschiedet. Langsam, aber sicher wird es ein wenig nervig, muss ich sagen. So, wir haben eine gute Balance gefunden. Aber das Interesse bei diesem Spiel ist einfach überhaupt nicht mehr gegeben. Somit kommen wir auch nicht mehr auf irgendwelche neuen Rekorde, weil jetzt keiner mehr guckt. Vielleicht machen wir noch... Ich weiß nicht, machen wir noch einen... Ich glaube, wenn wir jetzt noch mal das nächste Mal reparieren, dann ist er, glaube ich, ganz hin. Also ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir den reparieren können. Dann müssen wir ihn ersetzen. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall irgendwoher eine Geldeinnahmequelle. Da müssen wir mal gucken. Essen. So, das lädt gerade hoch. Die Zeit haben wir gut genutzt im Bettchen. Ja. Sandwich zwischen die Zähne. Wir gehen jetzt einfach mal hier die Treppe hoch. Kommentare sind mir mittlerweile fast egal geworden, weil... Ja... Evelyn ist halt immer dabei. Evelyn ist unser Hater jetzt. Wir gehen mal kurz nach oben, weil ich weiß nicht, ob man den Arbeitsplatz jetzt auch noch großartig ausrüsten muss hier. Hier ist er. Hier kann man aber soweit nichts klicken. Also ich gehe fast davon aus, dass der YouTuber, der hier oben einzieht, seinen ganzen Scheiß mitbringt. Also ich hoffe es jedenfalls, weil dafür reichen die finanziellen Mittel vorne und hinten nicht aus, dass wir da noch jemanden irgendwie unterstützen könnten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir gucken mal bei Amazing On, was es da an neuen Spielen gibt, die wir vorstellen können. Nein, danke Valeria, wir wollen gerade nicht quatschen. Vorwiegend gerne auf dem Dell PC. Das wäre super, aber das ist alles irgendwie so ein bisschen... Wir haben den 7. August. Aus dem August gibt es noch gar nichts. Jetzt gibt es jetzt irgendwas hier für die Playstudio 3, was Neues. Juni, Juli, auch nicht. Ah, ja, das ist natürlich jetzt mies. Nein. Ich werde... Oh, da sind wir. Wir können jetzt endlich das Dual-Video ausrüsten. Sauber. Level up sind wir gekommen. So, und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach hier... Nein, ich will immer auf Verkaufen drücken. Wir müssen auf den Fernseher drücken. So. Warte mal eben. Davon nehmen wir jetzt einfach auch nochmal ein Gameplay-Video auf. Da haben wir erst eins von aufgenommen. Es geht mir hier halt rein ums Geld gerade. Das muss wirklich herangeschafft werden, damit wir es auch... Oh, nochmal eine coole Begrüßung. Sauber. Ähm, damit wir es uns auch leisten können, dass wir hier... Ja, Zuwachs klingt ein bisschen komisch. Das klingt immer so, finde ich, wie Nachwuchs. Ne, aber dass wir hier... Ähm... Unseren Zweit-Youtuber in die Hütte holen können. Ah, wir haben keine Streak. Wir haben leider keine Streak. Ach, komm. Irgendwas muss doch hier mal passen. So, der passt hier auf jeden Fall. Oh, der hat natürlich viel gekostet. Gibt uns aber auch gut viele Skriptpunkte. Ähm... Hm... Das sieht so weit eigentlich ganz gut aus. Dann machen wir nochmal eine lustige Kritik. Ja, das passte sogar sauber. Und hier eine winkende Verabschiedung. Auch die passte mehr oder weniger. Schnell nachbearbeiten. Und dann gucken, dass hier das Geld reinkommt. Ach, Geld, ne? Also Geld ist hier in diesem Spiel wirklich ein... Ich möchte fast sagen, kleines Problemchen. So, das. Dann lass mal gucken. Nehmen wir einfach mal das. Mit dem. Weil das hat halt die neuen Skriptpunkte. Das hätte ich halt gerne dabei gehabt. Und dann beenden wir das Ganze doch einfach mit dem. Haben wir somit die meisten Punkte rausgeholt. Mit dem Sound müssen wir noch hinterher kommen. Zack. Hiermit müssen wir noch hinterher kommen. Können wir noch was machen? Ne, das war's. So, auch da ist das Interesse nicht mehr ganz da. Aber wir haben einen neuen Rekord im Inhalt und der Nachbearbeitung dargeboten. Das ist auch nicht schlecht. Und das Geld ist auf dem Konto. Während das jetzt hochlädt, gucke ich, ob ich nochmal eben arbeiten gehen kann. Für 80 als Verkäufer. Das machen wir auch. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn wir so, ich weiß gar nicht, was wollt ihr die haben? Ich glaube, irgendwas mit 800 im Monat. Das ist natürlich eine Stange Geld. Weil wir zahlen noch die 320 Miete. So, leg dich mal hin, Kevin. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir das finanziert kriegen. Da müssen wir ja auf jeden Fall, allein um die Fixkosten zu decken, müssen wir über 1200. Ach, ja, Evelyn. Jeder merkt auch mittlerweile, dass du jedes Mal nur hatest auf unsere Videos. Die Leute merken es, Evelyn. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Das ist ja einfach nur noch traurig. Nee, und da müssen wir mindestens 1200 irgendwie erwirtschaften, damit wir die Fixkosten decken. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir das alles so gut wie möglich hinbekommen. Ich weiß gar nicht, lass mal gucken, was kam denn jetzt letztens raus? Für ein Dell PC, Madness NFL. Okay, ich glaube, jeder weiß, worauf das anspielen möchte. Hier, Addison. Wir gucken gleich mal mit Addison. Wir laden die mal ein und dann machen wir nämlich am besten mit dem Spiel. Machen wir dann auch mal so ein Co-op. Ja, guck mal, das passt doch für 29. Hallo? Ah, ich dachte, ich würde es nicht auswählen. Das kaufen wir direkt. Und dann machen wir, dann rufen wir sie jetzt einfach direkt mal an. Ne, hier. Addison. Zack. Komm mal vorbei. Jupp. Und das ist unglaublich. Du rufst sie an und sie teleportiert sich einfach in deine Wohnung. Der Hammer. Und jetzt, lass mal gucken. Nee, ich möchte gerade nicht flirten und nix. Ich möchte mit ihr eigentlich an... Pass auf. Gaming Video. Und zwar vom neuen Spielchen. Genau, von dem. Und dazu ein Dual machen. Du musst ein Freund haben. Wieso? Habe ich doch... Ich habe doch Addison. Da, Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Da, jetzt ging es. Das war gerade wahrscheinlich ein bisschen buggy. Und wir machen jetzt ein Dual Video. Sehr cool. Pop-Shots Pro kommt rein. Und die Stereo-Ausgabe. Immer gucken, was am meisten Punkte hier gibt. Ja, das ist schon alles so in Ordnung, wie es ist. Und dann mit Addison. Super. Achso, Hauptsache, sie sitzt jetzt dran. Ich dachte, ich wäre hier der große Macker. Ab auf den Hocker. Und los geht's. Ihr Start mit einer winkenden Begrüßung. So. Ein sinnloses Kommentar. Ich glaube, das ist immer... ...der Gegenpol, der andere Spieler. Das sind nicht wir. Da müssen wir halt auch gucken, glaube ich, dass wir die Balance dann ein bisschen halten. Wir nehmen aber trotzdem mal das hier. Gibt mehr Punkte. Bisher läuft es ganz gut. Auch hier nehmen wir die mehr Punkte geben. Klar. Das Skript müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen hochkommen. Können wir aber gerade noch nicht machen. Das ist halt dann auch mal kartenabhängig. Ist ja klar. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal das professionelle Kommentar von ihr. Ja. Super, Addison. Hast du ja toll gemacht. Philosophischen Kommentar. Yes. Sauber. Das hat uns gute Skriptpunkte eingeheimst. Wir sind bei 9 von 10. Wir nehmen noch den fachlichen Kommentar, weil auch der gibt viele Punkte auf Skript. Und dann die winkende Verabschiedung, weil die Interaktion kam in diesem Run ein bisschen kurz. Und dann schneide ich das mal schnell zusammen. Addison kann er hier ruhig noch ein bisschen rumgimpeln. Das ist ja kein Problem. Wo haben wir denn? Hier haben wir. Und jetzt ist es natürlich wieder, gilt es die Waagschale zu finden. Zwei oben. Nehmen wir den. Dann haben wir, warte mal, warte mal, warte mal. Nehmen wir noch den rein. Obwohl, der hat relativ wenig. Das ist das Problem. Dann kommt der. Dann machen wir einfach. Oh ne, dann müssen wir schon Schluss machen. Shit. Ah, kacke. Jetzt habe ich die vielen Skriptpunkte liegen lassen. Die können wir lieber hier. Ja, die können wir natürlich lieber hier reinsetzen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Genau. Dann haben wir da wenigstens beim... Nein! Verklickt. Fuck, ich habe gar nicht nachbearbeitet. Trotzdem gibt es in der Nachbearbeitung einen neuen Rekord. Was ist denn da los? Ach, scheißen Dreck. Egal, hochladen. So, und dann flirten wir jetzt einfach nochmal eben mit ihr. Wir können uns noch eine neue Karte freischalten. Natürlich das Danke, denn das andere war gecopyrighted. Da habe ich keinen Bock drauf. Das geht gar nicht. Danach geht es einmal ins Bett. Und dann geht es was essen, bitte. Addison kann halt nach wie vor hier noch ein bisschen rumturnen. Dann können wir direkt nämlich noch ein Video aufnehmen mit ihr. Und da sind wir nämlich schon bei den 1200 Dollar, die wir haben wollten. Ja gut. So, das kam jetzt soweit eigentlich auch ganz gut an. Und da rollt das Geld auch wesentlich schneller. Sehr gut. Können wir das mal bewerben? Wie sieht es hier aus? Wir machen das mit 105. Wir machen das mit 105 einfach mal versuchen. Komm, ich versuche das mal. So. Nein, nicht jetzt. So, und noch ein Gemeinschaftsprojekt mal eben aufnehmen, damit wir da eine konstante Einnahmequelle haben. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Da haben wir nämlich noch 100% Interesse dran. Und ja, schauen wir einfach mal. Weil ich glaube, das hier läuft ganz gut soweit. Da tickt das Geld auch schön hoch. So soll es sein. Können wir uns das nämlich fast leisten. Wir haben den 14. August. Ja, wir können es dann auf jeden Fall mal versuchen, sie hier reinzuholen. Und das ist nämlich genau darum, warum ich das Spiel jetzt mal gestartet habe. Ähm, ich wollte es bis dahin machen. Ich wollte es auf jeden Fall bis dahin machen. Und, ähm... Komm. Fuck. Scheiße, ey. Okay. Okay, es passt trotzdem. Und, ähm... Ja, schauen wir einfach mal, wie es dann danach noch weitergeht, ne? Oh, und der PC ist kaputt. Und ich glaube, der ist jetzt so ziemlich ganz kaputt. Scheiße, das muss ausgerechnet jetzt passieren, ne? Na ja, gucken wir gleich mal. Das Geld tickt richtig gut hoch mit dem Video. Das gefällt mir richtig gut. Wir bräuchten noch... Ja, der passt. So. Das hat alles soweit ganz gut zusammengepasst, muss ich sagen. Boah, und da kommt richtig Kohle rein bei dem Video. Da kommt mal richtig Kohle rein. Ah, ich kann ihn nochmal reparieren. Ist ja ein Traum. Super. Dann wird das natürlich auch erstmal gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir hier noch einen mit dem... Da haben wir einen mit dem Doppel. Das heißt, der kann rein. Der kann rein. Der kommt rein. Noch einen Doppel. Ne, jetzt haben wir keinen mehr. Haben wir einen Doppel, der auf den... Ne, haben wir auch nicht. Nehmen wir den. Dann haben wir zwar einen Fail mit drin. Aber so kriegen wir das gut geendet. Und jetzt auf keinen Fall vergessen, die Nachbearbeitung anzuschmeißen. Das war ja gerade so ein bisschen mein Fail. So. Was können wir noch machen? Wir machen den weichen Fokus noch für die Nachbearbeitung. Dann kann uns nämlich keiner an Karren pissen. Gehen wir mit ihr auf eine Party? Brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Also mir geht es gerade echt lieber ums Geld verdienen. Und das Interesse ist richtig krass, wenn wir zu zweit hier eine Sache starten. Richtig cool. So. Ich würde jetzt gerne einfach noch eins... Ach scheiße, ist der gerade... Geht gerade, glaube ich, gar nicht. Wer sagt, der PC ist in Use. Wieso geht das denn jetzt? Ah, okay. Das hätte mich jetzt fast schon gewundert. Wenn wir in der Zeit nochmal schnell schlafen, während das hoch lädt. Das müsste ja auch bei unseren Abonnenten eigentlich ganz gut ankommen. Und wir haben jetzt 1536 Dollar. Ja, das macht... Mach du einfach mal. Ist alles in Ordnung. Du wohnst hier jetzt quasi eh schon. So, jetzt haben wir einmal wieder hier, ne? Evelyn. Evelyn! Mit ihren Hate-Kommentaren. Wie immer. Und, ja, komm. Die Standardsprüche halt, wenn man sie hört. So. Auch das werde ich jetzt einfach nochmal bewerben. Denn ich glaube... Ich glaube, das bringt wirklich was, wenn wir das machen. So, kann ich jetzt mit dir... Bist du gerade... Was geht gerade mit dir? Ich kann mit ihr gerade nichts... Ach so, ja, stimmt. Ich brauche hier nur auf Video klicken. Ha! Ich tölpe. So, dann komm mal her. Mädel. Das ist natürlich jetzt, wenn ihr zuschaut, ein bisschen monoton. Aber ihr wisst ja, worum es geht. Na? Und ihr wisst ja, wie wichtig das ist. Weil ansonsten kommen wir hier einfach nicht weiter. Und das muss einfach gemacht werden. Und das mit den Karten, da habe ich mittlerweile auch ein bisschen besser durchgeblickt. Kommen, wir nehmen mal hier den... Komm, wir nehmen mal den teuren. Ach, schade. War nicht der richtige, aber passt schon. Hauptsache, wir kommen noch einigermaßen gut hin. Und holen uns da ein paar Punkte mit rein. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt wird es allerdings knapp. Was bringt uns denn mehr das? Auf jeden Fall die Interaktion. So, einen können wir noch machen. Ne, können wir nicht. Dann sind wir fertig. Da ist nichts mehr zu holen. Doch, der meiterische Blick, aber der passt nicht. Weiter. So. Da sind wir schon bei wieder über 400 Dollar. Und das tickt halt immer noch hoch. Das ist echt gut. Das ist richtig gut, Leute. Ich glaube, jetzt haben wir... Jetzt haben wir den Kniff so ein bisschen raus. Ich glaube, so langsam kommen wir genau in die Richtung, in die wir eigentlich gehen wollen. Und ich glaube, so kann es dann noch weitergehen. Ja, komm. Skript, Farbe, Musik noch ein bisschen, den Fokus. Und nochmal hier. So. Und gib ihm. Gib ihm. Immer noch auf 120 Prozent. Und wieder neue Rekorde. Wir stellen im Moment echt gute Rekorde auf. Und wir gewinnen mit den ganzen Aktionen hier mit Addison zusammen echt auch gut Abonnenten. Und wir haben einen Werbungsvorschlag. 630, Freunde. Ein Speedrun. Supergeil. Apathic Breakdancing. Ich würde sagen, wir machen das. Denn wir haben es ja. Also wir haben ja das Spiel. Dann machen wir ganz schnell ein normales Gameplay, ein Walkthrough. Und dann machen wir den Speedrun. Ich hoffe, das haut hin. Ich hoffe, wir greifen damit nicht wieder ins Klo wie beim letzten Mal, wo wir einfach den Speedrun gemacht haben. Ohne vorher gewusst zu haben, worauf wir uns da einlassen. Aber guck mal hier, was hier an Kohle reinkommt. Und Mädels. Und Mädels. So. Sauber. Richtig gut. Richtig, richtig gut. 38 K. Abonnenten gab es noch dazu. Wir haben jetzt fast 2000 Dollar. Und okay, das ist nicht mehr so beliebt. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal... Bis wann müssen wir das denn machen? Wir müssen eben im Gameplay-Video starten. Warte. So. Ja, das passt. Das holen wir uns nochmal eben. Abonnenten. Ahoi. Jetzt brauchen wir 500.000. Ja. Okay. Es ist halt immer dasselbe. Und wir gucken mal, dass wir hier möglichst gute Videos draus machen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Denn dann können wir damit natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Und es läuft einfach die ganze Zeit ins Bild. Sehr geil. Später für die Aufnahme. Sehr geil. Ein Schlückchen trinken. Ein bisschen trockene Kehle heute. So. Wenn man halt einmal leider aus dem Flow raus ist. Sehr schön. Das ist schwer wieder reinzukommen. Neun von elf. Es wird echt immer länger. Jetzt haben wir noch fünf übrig. Guck mal, wir machen einfach mal den Abspann. Naja. Der hat nicht gepasst. Aber nicht so schlimm. Wir haben... Ey, es ist unglaublich, wie viel Kohle wir mittlerweile gescheffelt haben. Und das muss vor dem 4. September. Wir haben den 21. August. Das heißt, wir nehmen jetzt zwei Gameplay-Videos davon auf. Schnipseln wir uns so schnell. Es geht zurecht. So. Ich glaube, das passt. Da müssten wir doch einen für haben. Oder? Haben wir ja da kann... Haben wir keinen Kontaktpunkt für? Scheiße. Einen oben. Der hat auch noch einen oben und zwei da. Ja, gut. Dann müssen wir wohl oder übel den nehmen. Den wieder raus. Ja, das ist immer so ein bisschen fummelig, ne? Das ist halt echt immer so ein bisschen fummelig. Das mit den zwei haben wir da. Nehmen wir den einen. Ich hätte gerne hier den mit den 8 noch mit drin. Und dann eigentlich auch gerne den. Ähm, geht jetzt nicht darum, ob das Video jetzt großartig Sinn macht am Ende des Tages. Es geht eigentlich mehr darum, dass wir die meisten Punkte damit abstauben können. hat nur noch 51% Interesse. Hat nur noch 51% Interesse. Das ist natürlich arg wenig. Es werden nicht mehr so viele Leute gucken. Aber dafür verdienen wir jetzt mittlerweile mit einem Video ungefähr unsere komplette Miete. Ne, mehr als unsere komplette Miete. Ähm. Ne, wir können das leider gerade nicht machen mit der Party. Ich würde es gerne. Ich will sie halt auch jetzt nicht enttäuschen. Aber das Problem ist, wir müssen diese blöden Videos fertig kriegen. Und zwar vor dem 4. September. Deshalb geht es nicht.